Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abschicken. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Schickt ab. Schickte ab. Hat abgeschickt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsens. Ich schicke ab. Du schickst ab. Er schickt ab. Wir schicken ab. Ihr schickt ab. Sie schicken ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich schickte ab. Du schickt es ab. Er schickte ab. Wir schickten ab. Ihr schicktet ab. Sie schicken ab. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgeschickt. Du hast abgeschickt. Er hat abgeschickt. Wir haben abgeschickt. Ihr habt abgeschickt. Sie haben abgeschickt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich schicke ab. Du schickest ab. Du schickst ab. Er schicke ab. Wir schicken ab. Ihr schicket ab. Sie schicken ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich schicke ab. Du schickst es ab. Er schicke ab. Wir schickten ab. Wir schicken ab. Ihr schicktet ab. Sie schicken ab. Den Schluss macht der Imperativ. Schicke ab du. Schicken ab wir. Schickt ab ihr. Schicken ab sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb abschicken. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Ashwirt. Schickt ab. Unter vert Schwing absehrenat. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020